Servus, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zockt mal ne Runde Merkur Magnus. Das hat sich der liebe LOLOL gewünscht. Grüße gehen raus und let's go! Jawoll! Bäm! Nice! So läuft es. So muss es immer anfangen. Perfekt oder? Geil. Sehr nice. Jawoll! Alter! Heute läuft es. Yes Baby! Sehr geil. Nehmen wir natürlich mit. So muss immer laufen. Und wo bin wir denn leider? Ja, war klar, bei dem Gewinn geht er nicht mehr hoch. Probieren wir es nochmal. Naja, wieder nicht. Boah! Hinten die Sonne zusammenkommen können ey. Hinten die Sonne zusammenkommen können ey. So, ein Blockierchen. Ah, geht nicht hoch. Geht direkt runter ey. Entfernen bitte. So. 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 Na, komm schon! Ah, das sind doch noch mal ein paar! Ah, shit! Ja, ich will nicht mehr. Gibt da zwei fette Gewinne und dann nichts mehr. Na komm schon, jawohl, geht nicht mal eine Stufe hoch. Geht direkt runter, kein einziges Mal. Geht direkt runter, kein einziges Mal. Geht gleich die Pause. Jawohl. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Sind wir bei 264 Euro. Ich würde sagen, dabei lassen wir es mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.